Sieben Streicher, sieben Stühle hier im Halbkreis, Platz für Tim da drüben, Kopfhörerpulte für alle, zwei Kopfhörerpulte, schon ist die Sache gegessen. Ich hab in Läden gespielt mit Tim Isford, mit 24 mal einem Orchester, das war ja kleiner als das ganze Stadion. Aber das sind nicht die gleichen wieder, oder? Doch, das sind Leute aus diesem Orchester hauptsächlich. Also Tim kennt ihr beide, oder? Wahrscheinlich. Nichts. 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 Wir hören nicht, dass wir nicht hören. Das ist natürlich noch schöner. Machen wir nochmal 23, ja? Eins. Moment, Moment, Moment. Zwei. Drei. Drei. Ich glaub's nicht. Oh, Mensch. Nein, nein. Eins, zwei, drei, vier. Drei. 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 Musik 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 Das ist erlaubt. Sehr schön. Ein paar kleine Prouveranzen. Sehr schön. Okay, wir probieren jetzt mal, ob das mit dem Mix alles so... Nehmen wir jetzt auf. Ich nehm immer auf. Dann machen wir es jetzt ohne Flöte. Okay. Machen wir jetzt erstmal einen Streichertake. Jawohl. Seid ihr soweit? Ja. Wann kommt's? Aufsteuer. Aufsteuer. Direkt nicht. Gleich. Aufsteu. 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 Ja, 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 ja. Ja, zu spät, oder? Denkst du mal. Vier zu rein. Vier zu rein. So, in dem Loch. Ich für das Loch rein. Das ist ihre Generalpause, ne? Okay. Das ist eure Generalpause da, oder? Okay. 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 Okay.